Mein Name ist Visavi und ich bin hier für Reputation TV. Wir wissen jetzt, welche Message ihr an Merkel habt. Wir kennen eure ganz persönliche Geschichte. Nun sollt ihr zum letzten Mal eure politische Kraft und eure Rapskills unter Beweis stellen. Mit eurem Wahlwerbespot für 2013. 2013 ist Wahljahr nicht nur für die Politiker, sondern vor allem für euch. Bei Reputation TV stehen wir kurz vor der Wahl zum besten politischen Rapper Deutschlands. Ihr kennt ja die typischen Wahlwerbespots der Parteien und ihrer Vertreter. Mit euren Wahlwerbespots habt ihr zum letzten Mal die Chance, die Jury und die Reputation Zuschauer von euch zu überzeugen, auf eure ganz eigene und kreative Art und Weise. Wer seid ihr? Welches Umfeld, welche Menschen machen euch aus und beeinflussen euch? Für was steht ihr ein? Was habt ihr zu bieten? Was kann man von euch erwarten? Was könnt und wollt ihr in der Welt verändern? Und vor allem, warum sollte man ausgerechnet für euch abstimmen? Jeder der drei Finalisten hat die Chance, mit seinem Beitrag in den nächsten zwei Wochen an die Spitze gewählt zu werden. Und für den Inhalt der Wahlwerbespots sind natürlich allein die Reputation-Kandidaten verantwortlich. Viel Erfolg! Mike, Reputation TV, deine Message, dein Mike.